So, guten Morgen aus Kiel! Zweiter Tag Barcamp steht an. Ich bin auf dem Weg zum Empfang, also zur Sessionplanung. Heute Morgen ohne Frank. Ich fühle mich fast ein bisschen nackt ohne die Begleitung hier. Das war richtig genial gestern. Die Fotofonie.de ist online, unser Audio-Podcast über Fotografie. Und wir haben gestern Abend noch nach nur 8 Stunden Veröffentlichungszeit die ersten 101 Likes auch auf der entsprechenden Fanseite bei Facebook gehabt. Das hat uns riesig gefreut. Vielen Dank, ihr seid alle richtig spitze. So, und jetzt gucke ich mal, was hier heute auf dem Barcamp Kiel abgeht. Ja, dann werdet ihr wahrscheinlich noch was von mir hören heute. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Bis später! leb mit kiel Wir holen Bis zum nächsten Mal.